Hauptsächlich auf die Temperatur, wie sich die Temperatur verhält, ob sie fällt oder steigt. Gibt es noch irgendwelche medizinische Aspekte, die dir wichtig sind? Ganz wichtig bei der Überwachung ist natürlich der Josef selbst, wenn man zu lange... Ich habe jetzt eine persönliche Frage an dich. Wie kommt ein Euro 64, 1977, auch für man sich dieses Geheimnis... Also ich bewundere seinen Willen, diese Sache durchzudrücken und wünsche ihm alles Gute, dass ihm sein Weltrekord gelingt. Wie war es? Ja, 2 Stunden 30 habe ich mir nicht gedacht. Das ist schon eigentlich lang, aber so schnell vergangen. Unglaublich. Unglaublich. Also ich habe mich zum Schluss schon konzentrieren müssen, weil ich halt schon gewusst habe, es war schon 30 ist es gegangen. Dann fällt ein bisschen der Druck weg, aber es war schon kalt nachher. Ich habe mich zum Schluss noch. Ich habe mich zum Schluss noch. Vielen Dank. Ich habe mich zum Schluss noch. Untertitelung des ZDF, 2020